So, der kriegt Kopfschmerzen Loll Das machen die Pfeile aus Okay, so hat er auch gerafft Ich glaub, der hat die dahin alle tötet Loll So, ich glaub, der will die jetzt angreifen Oder? Na, der greift die jetzt an Den töten So, sind beide tot Kann ich hier ganz easy lang So Komodore töten Eliminieren Nicht töten, eliminieren So, da hoch Ich bin Ich bin früher mit Schießen dran Ach, das hat wir Zack, zack, zack Okay Mach' hier mal so Kochbombe werfen Hab' ich die Falsche getötet Jetzt hab' ich den richtigen getötet Der Gouverneur versprach Straffreiheit, Komodore Bedeutet das Wort eines Mannes denn gar nichts mehr? Hat die Syphilis dich benebelt? Wozu einen solchen Abschaum beschützen? Ihr seid Parasiten und lebt von der Arbeit ehrlicher Männer Genau wie King George, was das angeht Zeig Respekt, Bauer Du magst mich zwar töten Damit hast du deine Lage kein Deut verbessert Gibt es einen Grund weiter zu reden? Wenn dieser Heide nicht wär Ich hätte dich am eigenen Mast aufgeknüpft Euch alle Ist ja auch ein Bandits Ich hab' gar nichts von beiden gemacht Aber trotzdem Und endlich hab' ich wieder meine Schwerter Hey Kommt der denn her Dann will ich nochmal füllen Wenn unbedingt will Kann ich ja nicht An Nach unten gehen Irgendwie Ne Der ist oben höchstwahrscheinlich Oder? Komm Hopp Den anderen würde ich den auch runterschmeißen dann Schmeiß den in das Wasser oder? Mal gucken wo er landet Ja In das Wasser Ich fahr dann auch mal ins Wasser Ich fahr den nochmal nach Hm So Immer weiter schwimmen Dun 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 Du 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 Wo muss Ich jetzt hin Dum dum Wo muss ich hin Pfff Da kann's hin hin Wat? Die hat doch nicht du da Kann ich irgendwie Warte Ich kann noch immer hier zum Boots Zurück Da noch Da vorne ist so ein Boot Da kann ich doch direkt Von da aus Zu den Booten zurück Wo nicht Was geht doch Wo? Ich hoffe das geht Ich hoffe das geht Was sind wir hier Kann ich dich töten? Nein Nein Komm Verpiss dich Noch ein bisschen Training hier Noch ein bisschen Training hier So Ich glaub der ist tot Ich glaub der ist auch tot Ich glaub der ist auch tot Wenn wir den mal so machen dann ist der ganz sicher tot Kann ich hier ehrlich nicht mehr zurückrudern? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Haha alle beide getötet Haha ihr Noobs Wir können ja gar nichts Wir können ja gar nichts Versager Warte ich Mal gehen wir beim wenigstens noch mal eben Den schönen Standort Hm Ich passt Äh Da Ach Ich traue noch Meter weg also Ist ja nicht so weit Kann man noch verkraften ne Also Ganz leicht kann man das noch verkraften Ich hab noch 4 Bomben Und so bin ich feiler Geh ich jetzt nochmal im Shoppen Ach wenn ich vorbeikomm dann geh ich nochmal im Shoppen Ja Ja ich fand halt vorbei Ich wusste gar nicht dass hier einer ist Aber so geil Und ich finde die Pfeile voll geil Hallo? Hallo? Hallo, 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 hallo Munition, Munition Füllen 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 Neue Gegenstand gekauft Füllen Für 100 100 Rauchbomben Füllen Ja Aber zu 100% Ja Ich gebe dir einen guten Tag, Sir Ja, ja Ich gebe dir einen guten Tag, Sir Und jetzt aber zur Hauptmission Drücken sie vorbeikommnen Die Gegnern zu locken Nur schön dass sie keine Gegner in der Nähe sind Ne Also Na wie geht's also Mir geht's gut na tschau Du bist tot Hii wenn die wieder Musik machen na singen die ehrlich nicht keiner nicht okay dann nicht nicht dass ich meine Musik genießen will denkt ja keiner dran so 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 da vorne ist das Rad da vorne ein Ausrufezeichen ja ja so ist das geil und jetzt die Quenzen Feuer Schiff Oh Commodore ist tot alle bereit wir haben ein Problem mit der Galeon und ein paar Dutzend Pech und Schwefel. Willst du Rauchzeichen geben, du Lausen? Du setzt auf genug Schwarzpulver, um New Providence von den Klippen zu sprengen. Lass mich los, Mann. Ist schon recht. Ich wollte sagen, dein Trupp Rotröcke hat unser Galeoner besetzt. Wir müssen sie ausschalten, um mit ihren Kanonen die Blockade zu brechen. Okay, Hinweis. Nutze die Anilusreisegeschwindigkeit, um große Entfernung schneller zu überbrücken. Mache ich immer. Eigentlich. Mach ich halt immer. Lauf, 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 L Ich fick die jetzt. Shit. So, eine. Pump. Warte. Go, 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 go. Pump. Nochmal. Pump. Das ist dein Zeichen, Käpt'n. Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich. Scheiße, scheiße. Ich hab blöd gewendet. So. Go, go, go. So. Dreh Segel raus! Oh, der Dings hat schon viel abgekriegt. Warte. Hä? Ich fahr grad dahin. Ich fahr grad... Hm. Das sucht. Das sucht. Das sucht richtig jetzt grade. Hm. Bleib beim Feuer, Käpt'n. Es darf nicht sinken. Naja. Ich fahr jetzt direkt auf ein Schiff ziehen. Guck mal, jetzt wieder so'n Slow. Ach. Da ist diese Schwachstelle! Woher kenn ich die Stimme? Diese runter auf den Grund. So. Irgendein deutscher Synchronsprecher. Warte nicht zu lange zu weit vom Schiffen entfernt bleiben das Feuerschiff darf nicht sinken, es ist unser Haus Go 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 Ja schön Bleib beim Feuerschiff, Käpt'n Fuck, 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 fuck Ja, es ist ein riesiger Schiff Da wird die Feuer, der Trefferkünfte, Feuer Da wird der Trefferkünfte, Feuer Gefecht treu, sie sind schlägt nicht nah Feuer Nein, geht der ja auch nicht. Du musst erst mal mit dem Schiff drehen. Weil er ein bisschen länger um kann. Nun weg von der Flotte und wir haben es geschafft. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich da hingekommen bin, aber pfff, scheiß auf. Ich habe es geschafft. Boah Junge, jetzt gibt es aber nur eine Breitseite von rechts. Oh die Ruhe, Kenway. Das Obia kommt ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Oh shit. Versuche jetzt einfach so schnell durchzufahren, wie es geht. Oha. Breitseite. Scheiße. Ich glaube, ich habe auch voll die Breitseite gekriegt. Scheiße. Okay, weiter. Junge. Ein Schiff fällt gleich um. Steppen nach Börser. Ganz viel. Nur die Ruhe, Kenway. Das Obia kommt ganz von allein. Das ist noch nicht vorbei. Ja genau. Ihr werdet uns versenken. Ihr werdet uns versenken, Kenway. Niemals. Achtung. Das ist ein sicherer Ankerplatz für die Reparatur. Go, go, go. Jetzt haben wir nur von. Ich schaff das. Ich schaff das. Come on. Ich sag doch, ich schaff das. So ein Gemetzel. Ha, ha, ha. Brennt, ihr Bastarde. No. Schiebt euch euer Pardon, wohin, Kamera? Sch. Wir tanzen ja rum, als hätten sie Beute gemacht. Der Hammerfels. Der Hammerfels. Der muss schon hier so verloren werden. Der Hammerfels. mal so und für den Hof nur läuft den Tintin 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 Tintin